Miau, willkommen zurück und in dieser neuen Woche, neue Woche, neues Glück. Uh, 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 Scully, mach it! Okay. Ja, die Katze funktioniert diese Woche vielleicht wieder besser als Ende letzter Woche, da war sie ja ein bisschen zerstört. Ach, hier musste ich ja rallen! Oh, nee, so aber nicht. Den kann ich schon gebrauchen, den Yoshi. Dann wird halt jetzt nicht das Sekrete-Exit geholt, sondern das... Alles klar, das Trockene. Genau, und ich versuche jetzt ganz viele Münzen zu sammeln. Das ist ein bisschen zeitaufwendig und wird wahrscheinlich auch nicht gehen, weil ich ja hier gerade getotet habe. Den hast du gerade mit deinem Cape angeschnickt, ne? Ja, ich bin schon cool. Das ist geil. Geil. Ist ja Bauchweh vom Lachen. Das tut echt weh gerade. Lachen. Ja, wovon sonst? Tja, du hast, äh, zu viel Kaffee getrunken. Nee, um die Uhrzeit doch nicht mehr. Herr Scully, was glauben Sie denn? Ich glaube, dass du nur so durch sein kannst, wenn du Kaffee getrunken hast. Nee, ich kann das immer. Guck mal, ja, ich auch... Wuchser, ey. Ich wusste, dass das passiert. Ich will aber auf den Scheiß-Yoshi, aber es ist gar nicht so einfach. Zähme ihn, sei der Yoshi-Flüsterer. Nee. Okay, aber ich will da eigentlich erstmal noch hoch. Mann, Yoshi, du stehst sogar. Und zwar will ich da oben die beiden Münzen... Der, der fletscht dich. Nö. So, ich hoffe, dass es jetzt an Münzen reicht, um nicht die Scheiß-Passage zu kriegen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Schön. Nee. Ja, du hast doch... Ach. Oh, jetzt habe ich das erst verstanden. Mhm. Die Katze ist halt einfach nicht so funktionsfähig diese Woche. Also letzte Woche eigentlich, aber... Ich bin auch kein Abendsaufnehmen-Mensch. Ich habe das schon mal gesagt. Ja, sorry, dass ich an dem Montag keine... Was hatte ich da eigentlich? Kein Bock. Keine Böcke. Keine Böcke hatte. Wir haben ja jetzt auch schon wieder eine Stunde später aufgenommen, als wir wollten. Ja, weil gerade so lustige Rallye-Aktion war. Wir sind so selten alle beisammen. Ja, das ist schon... Wieso springt der hier eigentlich immer ab? Was soll der Kack? Der denkt immer, ich würde... Oh, der ist viel. Der denkt, ich würde immer die ganze... Die Kack-Taste dazu drücken. Die Kack-Taste? Die Cupcake-Taste. Die ist cool. Da lacht man voll viel, wenn man die drückt. Ja. Das sollte man lieber lassen. Ja, oder ist der Yoshi flöten gegangen? Tütüt. Flöterine-Kacka. Was? Dem wird ja auch ein bisschen schwindelig, dem Kollege. Ach, Quatsch. Hör mal, Kollege. Der Bauch macht so viel Momentum. Jetzt verlängst du dir Brugas Wörter auf. Guck mal hier. Jetzt hast du aber so ein bisschen Zeitdruck, ne? Geh mal da rein. Ja, jetzt kriege ich halt nicht das Sekrete. Ja, aber Hauptsache eins. Oh. Okay. Oh. Was ist hier denn nicht richtig? Hä? Guck mal. Yoshi-Coin. Yoshi-Coin. Nimm die Coin. Ach ja, stimmt. Dann haben wir... Nein. Ich... Ja. Okay. Aber... Also jetzt ist es ein bisschen schwierig mit der Zeit. Ich schaffe das, aber das hier bremst einen voll aus. Ja, ich merke schon. Das ist gar nicht so cool, wie es wirkt. Oh Gott. Okay. Ups. Ich dachte, das wäre jetzt so ein ultra special Soundeffekt, weil ich mit dem Peacewishing-Stream gerallt bin, aber er war wohl nicht. Das war der Baron. Tut mir leid. Ich habe es nicht lautlos. Papa. Ja, ich bin overly attached Katze. Tut mir leid. Ja, du musst den jetzt mal... Ja, ich lasse ihn jetzt. Ich ralle jetzt. Aber wo? Ich gehe gucken, was du jetzt freigeschaltet hast. Das ist immer gemein, ne? Ich mache immer die Arbeit und die Einzige... Du gehst jetzt mal bei Bowser vorbeischauen. Wie wäre das denn? Oh, nee. Du darfst dann immer den geilen ersten Moment haben. Ja. Ich finde das nicht fair, nee. Also, ihr seht mal, wie ich hier misshandelt werde in diesem Projekt. Ach ja, oh ja. Erstens mal fühlte ich mich hier geehrt, weil ich mit der Katze aufnehmen darf, aber dann ist doch in jeder Folge wieder... Ach ja, der Herbaron. Jetzt mache ich dann hier, okay, schweren Herzes, mache ich die Level und dann kommt... Ach, aber cool, dann darf ich ja jetzt das nächste machen, ne? Anstatt, dass die Katze mal die Ausdauer besitzt, an einem Level zu bleiben. Aber viel Spaß mit diesem Kacklevel. Scully. You make Bunny cry. Es leckt. Ja, und you make Scully cry. Nein. Ja, das hast du jetzt aber sowas von verdient hier. Ha. Das war mein Schämtod. Das tut mir leid. Ja, es freut mich. Ich weiß, dass das Level ganz doof ist, weil man braucht eine Feder, um es abzuschließen, sonst geht das nicht. Dinge, an die ich mich noch aus dem Mario-Hacking-Crash-Kurs, den ich hatte, erinnern kann. Er lernen kann. Ding, 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 ding. Wo kriegt man denn hier eine Feder? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Oder einen Yoshi mit blauem Kupo. Ah doch, genau, mit einem Yoshi würde es, glaube ich, auch gehen. Aber noch gekillt. Fletch. Das ist ein Kacklevel. Also wenn du einen Yoshi holst, dann gewinnst du das. Nein, du holst jetzt einen... Nein. Du kannst lieber hier mal das Secret-Exit versuchen. Ja, genau. 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 Du kannst auch einfach jetzt die Feder holen. Und, äh, dann rennen. Aber du musst die halt bis zum Ende des Parts, äh, des Parts nicht, ist auch okay, aber eigentlich nur bis zum Ende des Levels haben. Ich hätte das jetzt irgendwie so unglaublich gefeiert, wenn die an dir vorbeigeflutscht wäre. Ich weiß, dass du das getan hättest. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hättest, wenn du nicht prokrastiniert hättest. Mhm. Prokrastiniert. Kastaniert? Kastanierte. Ich bin eine Kastanie. Bisschen eine Kastanie. Ich weiß nicht, wie fliegt man nochmal ganz schnell? Indem man Anlauf nimmt und dann springt. Das war kein Anlauf. Das war nicht genug. Dann musst du halt, darfst du halt nicht fliegen. Okay. Wow. Hm. Ja, wenn du reilst, dann freu ich mich ja. Bling, bling, bling. Hui. Ah. Das ist schön. Ich glaube, du darfst hier durchaus runterfallen. Aber ich würde es nicht drauf anlegen. Es macht Spaß, ne? Uuuuhuhu. Geil. Oh. Das war jetzt nicht so offensichtlich, dass man da nicht durchfällt. Wirklich nicht. Oh nein, nein, Fuzzy. Wir wissen alle, wie gerne ich die Fuzzis anfange. Wobei, ist das überhaupt das Level, das ich meine gerade? Ich glaube, das ist gar nicht das Level, das ich meine. Ich weiß nicht. Wow. Das war gut. Wow. Bei mir hattest du schon verloren. Jetzt habe ich verloren. Aber da kriegst du eine neue Feder raus, wenn du es gewollt hättest. Wow. So, aber du brauchst jetzt eine Feder, sonst schaffst du das nämlich, glaube ich, nicht. Oder du gehst hier oben lang. Aber ohne Feder kommst du hier nicht durch. Das muss doch ein Gerücht sein. Oh Mann, warum kriege ich denn nie die Zahl? Oder brauchte man die Feder nur für das Secret Exit? Ich habe ein Level geschafft. Stimmt, man braucht die Feder nur für das Secret Exit tatsächlich. Ja gut. Ui, einmal im Kreis. Hä? Dann hol mal das Secret Exit. Oh, keine Feder. Aber die kriegst du da, glaube ich, in dem einen... Ich will lieber dieses Secret Exit hier jetzt. Da muss man einfach nur schnell... Man muss, glaube ich, im ersten Part viele Münzen sammeln, und im zweiten schnell durch. Das geht gar nicht. Man muss einfach nur schnell durch insgesamt. Das hast du jetzt, glaube ich, schon versaut. Nee, noch nicht. Es müssen... Ich muss am Ende des zweiten Abschnitts noch 250 Sekunden oder mehr übrig haben. Wenn ich jetzt hier... Ach, das ist wieder der Cut. Das ist halt das Problem. Naja. Wenn man hier nichts genug Münzen sammelt, dann... Das ist... Nee, das ist scheiße. Ich verstehe den Zwiespalt. Ja. Ich versuche mal, wie es mit dem hier aussieht. Du brauchst die Fede. Ja, aber da ist einmal ein... Coin... Ein Fragezeichenblock. Und ich glaube, dass da einer drin ist. Das wäre natürlich lieb. Ja, wäre es, nee. Ja, nee, das wäre... Ja, nee, das wäre schön. Muss ich gar nicht ehrlich sagen. Aber so schlimm ist das hier auch gar nicht. Ja, nö, vielleicht nicht. Dann mach du das doch. Oh, Rallennn. Rallgas. Rallennn. Vielleicht ist in dem hier eine Feder drin. Ja, den meinte ich. Aber ich glaube, da ist nur eine Feder drin, wenn du schon groß bist. Oh, scheiße. Na, geil. Aber vielleicht ist ja irgendwo noch was. Hab ich verkackt, was? Hast du verkackt? Hass. Hass. Die kann ich mir eigentlich sparen, weil ich die andere jetzt nicht nochmal holen gehe. Auf jeden Fall solltest du nicht in die Röhre. Ja. I know this. Oh, da gäbe es einen Mittelwegpunkt. Hol ich mir. Die hol ich mir jetzt. Nein. Oder die holen dich jetzt. Ja. Warte mal, Katze. Was für eine Reaktionszeit war das denn? Das war ein Lack bei mir. Ach so. Scheiße. Bei mir sah das so super aus. Du standst da einfach seelenruhig, der Cooper kam. Das war eine Reaktionszeit von Patrick. Patrick Star. Also, wie machen wir das jetzt? Lidlidli. Was macht man? Wie macht man das denn am geschicktesten? Am besten mit einer Feder. Gibt es denn hier irgendwo einen Level, wo man ein bisschen schneller an eine Feder kommt? Ah. Ah. Gab es hier eine Feder? Ja, hier gab es. Aber die ist schwer zu kriegen. Dann gehe ich halt mal schnell nach Hause. Ich glaube, wir brauchen einen Ball. Oder ich hole mir jetzt eine Feder und ralle damit das Level, was du gerade gemacht hast. Wie wäre das denn? Oder das. Und dadurch würde ich sie ja auch behalten. Weil beim anderen Level bin ich mir da nicht so sicher, dass ich sie bis zum Schluss behalte. Und dann könnte man gegebenenfalls, weil du ja dann eh wieder das Level spielen wollen würdest, das ich dann freigeschaltet hätte. Dann könnte man doppelt rallen. Das wäre ja... Oh, das wäre es doch. Sießficken, das wäre es. Was? Ich... Nein. Hol dir doch jetzt erst eine... Genau. oder doch jetzt erst hier dann nur dein bestes jederzeit jetzt geht's los jetzt kriegst du mein bestes das war eins zu weit ich werde gerade den müden wir sind ich habe jetzt schon wieder zu viel grüntee getrunken ich kann nicht schlafen aber das ist cool weil dann kann ich vollende diesen satz bitte wursten oh ja ich habe letzte noch eine zweieinhalb stunden geschlafen ich bin heute im kurs eingeschlafen und heute morgen in der bahn und da bin ich mit meinem kopf auf die schulter meines nachbarsitzers gefallen das ist natürlich doof ja es war mir ein bisschen peinlich da war aber kuschelig war ok mhm ist da unten ein blauer nee ein roter weißt du was ich krieg hier genug anlauf hin ja das sollte mich eigentlich aufhalten hat es nicht du bist anstappel oh gott aber jetzt der scheiß warte dann machen wir jetzt so haha ich verstehe denken ist er auch noch krass die fassis haben so viel spaß in ihrem leben ne und alle spieler hassen sie einfach nur ach gott ich saucen chef hab in der küche einen der wichtigsten jobs du alter saucen chef hättest du dir mal den midway geholt das heißt ich brauche jetzt gar nicht erst mein glückversuchen ohne feder doch vielleicht findet man darin ja eine feder ich weiß es ja nicht wo ist dir das jetzt ich bin mir auch gar nicht sicher ob man eine feder braucht ich meine dass es ein level gab das so ähnlich aussah in dem man eine feder verrauchte aber ich dachte eigentlich bräuchte man auch schon für das normale exit aber vielleicht feder verrauchte ja die raucht man da ähm was rauchen wir hier aber es kann natürlich sein das möchte ich jetzt gar nicht äh hinterfragen dass ich das trotzdem hier als das normale exit interpretiert habe weil das exit das du jetzt geschafft hast das ich bin ja wieder klein war ja relativ nutzlos weil das hat ja nur ein so ja 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 sauch die katze löst was und es war ja relativ nutzlos ne es war schon super geil hättest du dir auch sparen können ne wir hätten das ja eh gebraucht bist ne dumme katze ne ja das ist er ja auch sorry man muss auch mal den tatsachen ins gesicht ziehen schau dir das an also wenn du jetzt keine dumme katze bist dann kann ich das leider auch nicht anders sagen ha jetzt ist die katze beleidigt ha treffen wir uns dann ja wo denn tja draußen noch ein platz ok aber nicht feige sein Nö, ich hau dich um. Ja, okay, mit deinem 1 Kilo Hantel. Ja. Nicht so mit C.A.'s Hantel in der Fresse, das war ja gerne. Nö, nö. Ich brauchte eigentlich gar nichts, ich hab ja meine Federn noch. Bunga, 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 Bunga. Oh nein, auch Wursten. Wursten? Wursten. Was kannst du eigentlich? Nur Wursten, aber das... Zurück in dein Terrarium, Wurst ist für mich Apfel. Wursten ist für mich... Ja. Kindermilch, alles gut für dich. Kinder, haltet mal die Schnauze. Fresh Dumbledore will euch jetzt mal wieder mit einem Freestyle-Rip begrüßen. Hast du schon mal Dumbledore mit einem Monsterball gefangen? Nein. Aber ich hab schon mal das Lolrus mit einem Pokéball gefangen. Das hab ich auch schon mal gemacht. Und die Aurelie-Eule, aber ist schon länger her. So, was machen wir jetzt? Was rauchen wir? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich mach jetzt das hier. Und... Das ist aber die letzte Action für diesen Part. Das kann doch nicht sein. Doch, iss. Kann ja wohl nicht sein. Guck mal, wer da stehen geblieben ist. Hast du den geparkt da oben? Ja, aber ich will den gern wiederhaben. Tja. Yoshi! Das war ein bisschen jetzt schon mir viel zu riskant für diesen Part. Deswegen ist der jetzt auch weg. Der Penis. Ich mein, hast du nicht das böse Wort gesagt? Pimmel! Geil. Da dreht er sich. Da gibt er alles. Oh, ne Feder. Guck mal, brauch ich. Ja. Hol dir die mal lieber. Tausend Punkte! Oh, Lord! Soll ich jetzt mal den Metroid-Punkt holen? Aber bringt der denn was? Weiß ich nicht. Muss hier erstmal ein bisschen Anlauf aufbauen. Jetzt können wir hier ran. Wampenluigi! Ja, da war er. Wie so eine Robbe. Auf der Eisscholle ist er da rüber geflutscht. Das war schön, Scuddy. Ja, aber das hier gefällt mir jetzt gerade doch eher weniger. Das ist schon eher der gleiche Kack, ne? Der macht sich auch morgens Nudeln. Masel da bist. Eins und eins. Jetzt, wenn so der Moment gekommen ist, wo Katz noch random ist, irgendwie YouTube-Video zitiert, da muss man ganz schnell aufhören. Sonst... Sonst... Oh, jetzt leckt das hier auch noch. Das ist Kack, ey. Oh... In den Abgrund gelegt. Und... Sonst... 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 Sonst...